Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Stranger of Paradise. Jo, Ende letzten Parts habe ich natürlich Blödsinn geredet und zwar hier Kampfeinstellungen, also um die Jobs freizuschalten, den Rotmagier noch freizuschalten. Muss ich natürlich nicht den Gladiator generell haben, sondern den Gladiator ausgeskillt haben, nur mal so dazu. Dann war es natürlich meines Erachtens recht nice mal zu sehen, ähm, oh, wo geht's denn da runter? Da müssen wir wohl gleich hin, nehme ich an, dass wir da oben wieder so irgendwas umschalten müssen. Da oben, genau. Jo, so wird's wohl laufen. Und was ist hier? Also, hier geht dann das Seil runter oder was? Jo, egal. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, im letzten Part haben wir sehr schön gesehen, wie hier die verschiedensten Buffs aufeinander wirken können. Das fand ich eigentlich echt nice gemacht hier. Jetzt haben wir Regenera und halt hier diesen Schildblock aktiv. Und, ja, jetzt machen die sich da selbst Schaden zum Beispiel. Und wir werden noch schön hochgeheilt. Also, das ist schon ganz geil gemacht. Hier habe ich auch noch das Beben drauf, was natürlich recht mächtig ist. Jetzt hier, seht ihr das? Ich habe nichts gemacht, außer jetzt noch am Schluss geblockt. Das ist schon ganz nice. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Das könnte natürlich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten geben. 26 verschiedene Klassen, die da irgendwie zusammenwirken können mit verschiedensten, echt vielleicht nützlichen Buffs und so. Das könnte echt witzig werden. Jetzt habe ich auch so sehen, Regenera gewirkt. Wollte ich das? Habe ich es wirklich gewirkt? Doch, ich habe es gewirkt. Jetzt hier schon mal auch wieder den Licht-Buff hier ab. Gehe wieder zurück auf den Magier. Und spiele dann so weiter. So, hole mir hier ein bisschen Magie zurück. Deswegen jetzt mal nicht gefinished. Einfach mal ganz normal reingeprügelt. Jetzt kriege ich, glaube ich, auch wieder Magie. Eigentlich müsste ich so ein bisschen hochticken. Genau, was das Leben angeht. Mega nice. So kann man spielen, würde ich sagen. Wenn man dann noch eine ordentliche Defense hat, kann man halt so tanky sozusagen spielen. So, hier können wir jetzt... Also, hier könnte ich generell noch hochklettern. Das machen wir mal, um zu sehen, was da oben an Secret noch ist. Ist ein kleiner Gegner. Den war wegbeben. So ist es. Traumhaft. Ein bisschen mitleveln. Wunderschön. Macht schon richtig Bock, muss ich sagen. Ist jetzt nicht mega anspruchsvoll. Und man kommt da eigentlich gut zu. Ist ein schönes Zwischendurch-Game, finde ich. Einfach mal so reinmachen, weiterzocken. Ich mag solche Spiele eigentlich auch, muss ich sagen. Oder vielleicht auch im Endgame noch richtig interessant. Und Multiplayer vielleicht noch richtig interessant. Das werden wir sehen. Da bin ich mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, geshortcuttet, wenn man so möchte. Das ist jetzt, oder, ja, wirklich easy zu entdeckender Shortcut sozusagen. So, hier jetzt runter. Und dann geht es hier unten weiter. Da ist eigentlich alles sehr linear. Man muss nur immer so ein bisschen was klicken da und so. Ja, jetzt nichts Besonderes. Oh, da hinten ist irgend so ein Greif. Da könnte das auch wieder witzig werden hier mit meiner Taktik, wenn man das als Taktik bezeichnen möchte. Ich gehe mal wieder hier auf meinen Ritter, mache meinen Buff, gehe auf meinen Weißmagier, mache meinen Buff und haue hier den Schatten weg. Mit ganz normalen Angriffen, würde ich sagen. Genau, um die Magie bestmöglich hochzuziehen. In Anführungszeichen. Das stimmt halt nicht so ganz. Und jetzt gehen wir mal hier zum Greif, gucken mal, was abgeht. Wir holen uns zuerst mal hier den Kleingegner, machen wir weg. Den Ed, wie auch immer. Der halt richtig gefährlich werden könnte. Ja, ich bin mal gespannt. Da gibt es, wie gesagt, sicherlich noch richtig coole Möglichkeiten, wie das zusammenwirken kann. Greif. Ja, ist nur ein normaler Greif. So, jetzt mache ich hier auch wieder Block eventuell. Oder auch nicht. Wir hauen einfach den Greif weg. Komm, Block mal. Ah. Oh, okay. Das war ein Greifangriff, glaube ich. Okay, das ist nervig. Oh, und meine Buffs sind auch weg. Ich heile mal meine Truppe hier. Eventuell habe ich sie geheilt. Ja, die chillen da am Boden rum. Äh, der chillt am Boden rum. Heilt das meine ganze Gruppe hoch, wenn ich nur den kurzen Regenerat-Zauber mache? Nee, ne? Da muss ich schon den größeren Zauber wirken anscheinend. Oder? Auch keine Ahnung. Ist auch, denke ich mal, jetzt nicht so wichtig. Zumindest mal Stand jetzt nicht so wichtig. Ich bin mal gespannt, ob es da, da gibt es natürlich Möglichkeiten, was weiß ich, irgendeinen Zauber, äh, irgendeinen Buff zu wirken. Von wegen, man wird jetzt super stark oder sowas, um dann, ähm, einen ganz krassen Zauber vielleicht dann rauszudonnen. Zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt, Berserker kann wilde Raserei irgendwas buffen, dass man irgendwie mehr Damage macht. Das kann man dann buffen, geht auf einen Magier und mit einem Magier schießt man dann irgendeinen super geilen, krassen Zauber raus oder sowas. Und da vorne ist jetzt Boss. Ja, oder es gibt eine Möglichkeit, Magie wieder zu herzustellen, dass das irgendeinen Ronin kann. Keine Ahnung, kann sich Magie selbst buffen oder sowas, um dann immer, äh, normalerweise bei seiner Klasse, was weiß ich, Spezialattacken oder sowas rauszudonnern. Mh, die vielleicht bei seiner Klasse schwächer sind und dann wechselt man auf einen Magier und kann sich die ganze Zeit, kann irgendwelche Zauber wirken oder so. Es könnte also alles noch sehr, sehr, sehr spannend werden. So, ich würde sagen, wir sind hier vorm Boss, äh, gehe ich mal davon aus, also rüsten wir uns mal komplett neu hier aus. Sieht cool aus. Halbwegs. So, auf geht's, würde ich sagen, oder? Na, ich hätte noch skillen können. Sind wir vom Boss, jo. Oh, zwei Bosse, uncool. Ja, also gesprächlich ist hier nie irgendjemand. Die greifen immer direkt an. Elementarkern. Hm, ich würde sagen, wir buffen uns hier mal. So, der ist ein bisschen angeschlagen. So, Buff ist aber auf mir drauf, glaube ich. Ne, mein Buff ist weg. Okay, ich heim mich trotzdem mal hier so. So, hier, Aqua, irgendwas, kann er machen. Jo, wir gehen einfach mal voll drauf, würde ich sagen. Hm, ja, mein Zauber wirkt ja noch. Hier, Regenera, super stark. Was weiß ich, auf alle, vielleicht. Mehr, ja genau, jetzt werden wir besser hochgehalten. Das ist halt schon ganz geil hier mit dem Heilen. Kann man schon ein bisschen was machen. Aber auch wirklich nur ein bisschen was. So, der ist weg vom Fenster und jetzt. Was heißt das? Jetzt können wir hier Damage machen, oder was? Oh, die Haltung dann weiter. Oh, das hat eben schönen Haltungsschaden gemacht. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Dinger da wegbekommen. Ich heim mich mal einmal. Sind wahrscheinlich auch gegen Zaubern massiv anfällig. Das könnte ich natürlich jetzt auch machen. Oh, das ist nicht gut. Jo. So, hier nochmal mein Zauberbuff da. Regenera. Gehen wir mal zum Ritter rüber. Kann ich noch blocken. Und, ja genau, kann denen noch Anweisungen geben. Sie sollen da super krass drauf gehen. Und wenn wir einen dieser Typen wegmachen, dann fällt die Kugel zu Boden, oder was? Genau, und dann können wir der Kugel Haltungsschaden machen. Und dann können wir hier einen Lebenspunkt wegholen. Oder einen Lebenskern wegholen. Wir haben noch sechs Heildränke. Wenn ich das jetzt nicht komplett verchecke... Oh, was ist das denn? Das ist jetzt uncool. Jo, machen wir wieder unseren Regenerat-Zauber. Ich buff die Leute. Hol hier Gnade des Lichts. Wunderschön. Müsste auch auf alle wirken. Das wäre auch mega geil. So, geh wieder zurück auf meinen... Streitkolbentypen und geh da mal ran, oder? Und kann da Beben machen und so. So, sehr schöner Block, der eigentlich bei ihm auch Schaden anrichten müsste. Das ist vielleicht echt mal geil zu sehen. Oh, ouch, jetzt komm. Jetzt ist ein sinnloses Risiko gehen. So, geht wieder ran, Jungs. Jo, jetzt haben wir ihn sozusagen... Jetzt habe ich hier ein bisschen tanky gespielt, wenn man so möchte. Turmbändiger, yay. Also ich denke, hier kann man sehr viel mit irgendwelchen elementaren Zaubern machen und so. So, ich könnte natürlich etliche... Also, ne, kann ich nicht. Ich habe keine Magie. Jetzt aber. Könnte ich, oder? Ne, kann ich nicht. Ich heile mich besser mal. Jo, den können wir halt so tanky runterspielen, würde ich sagen. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Nein. Ich kann mir jetzt nicht noch sinnloses Risiko gehen, deswegen heile ich mich wieder. Alter, hallo. Macht was, Jungs. Ich habe euch nicht grundlos dabei. Regeneral, genau. Sehr schön. Das war es doch, oder? Noch nicht? Ah, ich muss die Haltung brechen noch oder sowas. Alles klar. Tschüss, Sikowski. Easy. Sehr geil. Spross der Finsternis. Die Verzerrung der Natur haben wir abgeschlossen. Ich bin begeistert. Ich trinke mal einen Kaffee. Auf geht's zum weißen Turm. Zum Eisturm, wie auch immer. Also, die ganze Story hier wird jetzt über One-Liner und so erklärt. Das ist auch klar. Hier, Verzerrung der Natur. Bla, irgendwelchen Kramen gefunden. Ich bin begeistert. Hauptmission. Ein vertrauter Ort. Diese Mission ist jetzt verfügbar. Missionsstufe 33. Das gleiche Spiel, wie immer. Mirage des Kristalls. Was ist das hier? Auenwald der Verzerrung. Also, klar. Dort haben wir noch die Nebenquest. Jetzt hier. Silberplatte und Silberinsignium dann auch. Und Schmiedekunst 1. Was ist das denn? Was ist Schmiedekunst 1? Hier hätte ich ja nur Schmiedekunst 1. Gut, das würde mich jetzt doch interessieren, was diese Nebenquest hier bewirkt. Ich würde sagen, wir machen die Nebenquest hier. Ich habe ja gesagt, sie interessieren mich nur am Rande, aber Schmiedekunst 1 könnte wichtig werden. Apropos Schmiedekunst. Da gehen wir doch direkt mal hin. Und zwar hier zum Schmied und werden mal ein bisschen was auseinandernehmen, dass unser Inventar nicht zumüllt. Gehen wir einfach mal hier auf die Schwerter und alles, was da unten so rumfleucht, das werden wir auseinandernehmen. Alles, was keine hohen Werte hat, hole ich da mal auseinander. Wie kann ich das nicht nach Neu-Ausrüstungsstufe, genau. Das wollen wir haben. Und dann kann ich das doch auch irgendwie noch markieren oder sowas. Ging das nicht? Doch, hier so. So, kann man dann auswählen, rübergehen. Und dann alles, was unter 20 ist, geht dann jetzt mal weg, wird zerstört, wie auch immer. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir wahrscheinlich nie wieder. Also ist logisch. So, hau mal den ganzen Krempel hier mal weg. Die ganzen Waffen, die wir da haben. So, weg damit. Hat er jetzt auch wirklich von den anderen? Ne. Ach, ich muss in dem Slot bleiben, oder was? Ernsthaft jetzt? Ja. Okay. Ich hole uns jetzt nur ein paar Plätze mal rein. Das mache ich nochmal auf Kamera. So, irgendwo, wo ich jetzt viele Dinge habe. Habe hier zum Beispiel nochmal. Habe wir auch mal weg. Ich habe hier noch etliche Plätze frei. Also es spielt ja keine Rolle. Gut, hier ist es ausrüstungsstufenäßig aussortiert. Dann wäre es eigentlich sogar sinnvoller, das hier zu machen. So, da haben wir nämlich alle Waffen, die irgendwie eine super schwache Ausrüstungsstufe haben. Können wir direkt hier weghauen. So, Tschüssi Kowski und haben wieder einiges an Platz. So, aber was Schmiedekunst 1 ist, interessiert mich jetzt doch. Also machen wir das mal. Ja, eine kleine Nebenquest noch. Werden wir nochmal einen Tick stärker, was wir nochmal im nächsten Gebiet dann nutzen können. Jetzt müssen wir das hier wahrscheinlich besiegen. Alle Meister-Tomberries. Oh. Okay. Die sollen glaube ich auch recht stark sein. Jetzt müssen wir die Dinge halt suchen. Ich hoffe nicht, dass es hier wieder über diese Wettereffekte jetzt funktioniert. Und dass wir da ewig rumsuchen müssen. Sondern dass wir die einfach weghauen. Und dann diese Schmiedekunst 1 da freischalten. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht können wir dann irgendwelche Upgrades weiter hochziehen. Das könnte dann schon wichtig werden. So, Tschüss. So, hau mal hier mal alle weg. Sehr schön. Und da Ultraschall ich dich doch weg. Sehr schön. So, ich mach hier wieder meinen Dialogs, den ich nicht machen will. Traumhaft. Regenera. Das muss ich mir echt mal reinziehen. Achso, okay. Jetzt check ich auch, wenn man einen anderen Zauber wählen möchte. Ich kann ihn ja direkt einfach... Ich muss ihn ja gar nicht aufladen. Dann muss ich aber wissen, wo er ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Regenera auswählen möchte, aber auf niedriger Stufe oder sowas und gar nicht da doof rumstehen möchte, kann ich einfach kurz reinklicken nach rechts und dann zaubern und so. Also, es geht schon, aber hätte man ein bisschen einfacher lösen können, indem ich unten durchklicke oder sowas, die Zauber durchklicken kann oder so. Hätte ich besser gefunden. Das war jetzt auch nicht dramatisch. Das Problem bei diesen Suchquests ist natürlich immer, dass die irgendwo rumlaufen könnten, diese Tomberry da. Und die waren ja auch recht stark. Da bin ich also mal gespannt. Muss ich hier das Wetter ändern? Das konnte ich ja nur... Hier an der Stelle, oder? Ach, jetzt muss ich mich echt wieder durcharbeiten, oder was? Hier hoch, ne? Da war das. Okay, ich muss also jetzt wirklich den Dungeon da rückwärts laufen. Traumhaft. So, hier, Bäm. Ich und mein Nachbeben, ne? Immer dieses Erdbeben, sonst kann er nix. Doch, kann ich. Je. Du bist gebrochen. Bin ich mal gespannt, ob es da noch einen Erfolg dafür gibt, dass man, was weiß ich, wie viele Gegner da gebrochen hat oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. So, wir sind noch mal ein bisschen angeschlagen, haben aber etlichen guten Gramm vielleicht auch wieder gefunden. Muss ich mir auch angewöhnen, da doch ein bisschen sorgsamer zu sammeln. Ich laufe da eigentlich immer durch. Hier oben ist bestimmt ein Tomberry, sage ich doch, war klar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Meister Tomberry. Ich wollte gerade sagen, die One-Hitten nämlich ganz gerne mal. Scheiße. Oh, nee. Okay. Ja, vielleicht ist es sogar so, dass man diese Nebenmissionen gar nicht so geil machen kann, weil die vielleicht super stark sind oder so. Oder ich muss halt auf diese Zauber da achten. Das war jetzt saudumm von mir. Und natürlich habe ich wieder mein Equip vor so einem schwierigen Kampf nicht verändert. Job-Affinität könnte mir auch noch ein bisschen helfen, weil es halt auch Stamina und was weiß ich, also irgendwelche Attribute da verbessert und so. So, wir haben hier hier etlichen neuen Kram auch gefunden. Ich werde gleich oben vorm Kampf dann mal wieder neu ausrüsten, was mir gleich dann auch hilft. Plus die Buffs und so. So, tschüss. Ist schon ganz geil gemacht, ey. So, hoch geht's. Nein, das war falsch. Bleib oben, bleib oben. Spring nicht drunter. Und blockier mich vor allem nicht. Geh weg, genau. So, jetzt wollten wir hier hoch wieder und dann kommt der Typ. Hier rum. Jo, Leben hab ich noch. Passt. Ja, bin ich echt mal gespannt, was wir da noch für Taktiken machen können. Jo, ich weiß halt jetzt auch nicht, ob es wirklich so sinnvoll war. Ich hätte eigentlich die Nebenquests einfach auch später machen können. Das wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen. Ich glaube, die Hauptquests sind stellenweise sogar ja, nicht einfacher will ich gar nicht sagen. Aber ich mühe mir jetzt hier halt einen ab. Eventuell schaffe ich diese Viecher da nicht. Und wenn ich das eine Runde später machen würde, wäre es ganz easy. Waffenfertigkeiten. Einige Waffen sind mit Kombo-Fertigkeiten ausgestattet. Während eine dieser Waffen ausgerüstet ist, kannst du ihre Kombo-Fertigkeit auf einen Kombo-Slot legen. Aha. Ah, das ist natürlich geil. Und was soll das jetzt sein? Was für eine Waffe die hier, oder was? Hat die sowas? Naja, die hat doch nicht sowas. Aber vielleicht der Ritter. Auch nicht. Ah, hier. Ah, doch, hier. Rapid-Nageln. Äh, Nadeln. Jo, da kann man halt so eine Fertigkeit dann nochmal auswählen. Ist, denke ich mal, jetzt auch noch relativ uninteressant. Würde ich mal tippen, oder? Kann ich eigentlich von hier aus irgendwas zerstören kann ich hier nicht. Jo. Gut, egal. Gehen wir raus. Die sind super equipped. Alles ist traumhaft. Ich muss mir die Werte hier auch mal merken, wie die sind. Aber ja, wird schon irgendwie passen. So, ich heime mich mal. Hol mir hier meinen Buff. Äh, geh rüber zum Magier. Hol mir dort meinen Buff. Und schau mal, ob wir ihn jetzt da irgendwie schaffen können. Ich hab jetzt halt nichts an Fernkampf. Jetzt macht er nochmal seinen doofen Zauber. Oder man muss gucken, dass wir ihn vielleicht direkt... Nee. Na, okay. Ich würd grad sagen, dass man ihn direkt mit Zauber da... Boah, Alter, macht der Schaden. Okay. Ich hab geblockt. Irgendwas mach ich. Wann macht denn der? Irgendwie bin ich ge... Nee, oh, Alter. Das ist grad ein bisschen stressig gegen die. Gegen das Vieh da. Ich mach mal hinten den Skelett weg, dass der nicht gleich noch rumstresst. So, weg damit. So, halbwegs. Ja, jetzt wäre wirklich irgendwas, was zaubern kann. Würde schon ein bisschen helfen. Weil wenn der mich hier einmal hittet... Totes Wunsch. Ja, das könnte mich jetzt killen. Okay, Heilung, Heilung. Hallo. Die sind schon mega gefährlich, die Viecher. Hallo, mach doch mal was. Jungs, ich hab euch doch nicht grundlos dabei. Alter, das war knapp, wollte ich gerade sagen. So, einen haben wir besiegt. Heftig. Sehr, sehr knapp und ziemlich cheesy und ziemlich schlecht haben wir es geschafft. Aber egal. So, eventuell... hab ich ja noch mal besseres Equip jetzt gefunden. Aber die sind schon heftig, die Viecher. Die sind wirklich heftig. Oh, secret passage. So, jetzt haben wir hier ein Secret freigeschaltet beziehungsweise können jetzt weiter. Wo konnten wir jetzt weiter? Hier unten nicht mehr. Hier oben, ne? Oder so. Da wollten wir auch weiter. Genau, hier rüber. Dann kann ich hier speichern. Wunderbar. Ja, und da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. War ja doch interessant. Und, ja, bin ich gespannt, ob wir die Meister-Tom-Berries, ob wir die hier schlagen. Also, ich denke, mit Fernkampf kann man die gut einheizen und so. Da geht da schon einiges. Ihr habt es ja gesehen. Oder mit irgendwelchen krassen Moves, wo sie dann mega Haltung verlieren. Da ist ja auch irgendwas passiert. Ich kann euch nicht sagen, was. Da ist natürlich hier meine Defensiv-Taktik vielleicht jetzt nicht die richtige. Aber egal. Wir werden dann im nächsten Part kurz leveln. Kurz nochmal Ausrüstung auswählen. Und, ja, dann einfach uns hier durchknauben. Irgendwie werden wir es schon schaffen, denke ich. Und dann bin ich mal gespannt, was Schmiedekunst 1 bewirkt. Und dann geht es in der Hauptstory weiter. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.